Nein, haben wir auf eine VLC getan und dann rüber gesendet per Skype. Aber ich glaub, du warst doch in der Computer dabei, oder? Was war das ganze Geräusch? Scheiße, ich werde angeskyped. Nein! Tempelritter! Nehmen wir hier diesen komischen Ritter im Tempeleingang. Auf Experte! Haben wir doch gerade gemacht, ey! Da sind wir dann nochmal durch! Da! Oh, go! Ey, geil! Stärker? Stärker Rock? Stärker Landschuhe? Dein Pad ist beleidigt. Mein Pad ist beleidigt. Mein Pad kann aus dem Maul kriegen. Ich glaub, ich sollte meins auch mal machen. Wen er nicht kennt. Was hat mein Pad wieder? Oh, mein Pad hat schon wieder Hunger. Ey, du willst nur fressen, Alter! Immer nur fressen! Ja, ich hab auch nen Pad! Meine! Wieso hast du nen Pad? Hast du eben gesagt, du hast keins? Ich hab's eben gemacht. Ich hatte da die ganze Zeit noch im Inventar drinne. Bimbo, wirklich? Wieso nicht? Irgendwann verhungert hat... Irgendwann verhungert... Irgendwann verhungert... Ja komm! Irgendwann verhungert ist doch... Ich bin so ein Versprechen von der Win! Ähm... Irgendwann verhungert hat sowieso... Na... Was haben wir denn? Oh, was hast du denn? Ist er süß! Knuffig! Würde ich auch nicht haben, ich will... Der sieht direkt aus, er wird unter deinen Rücken gucken. 80 Elkhorn, wie viel hab ich noch? Jo... 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 Kauf ich mir mal ein paar. Ähm... Wie viel hab ich noch? Null. Zehn... Zehn Stück 80 oder was steht da? Ne... Wär zu viel. 1 zu 80! Sag ganz so aus! Na, ne... Es ist mir dann zu teuer. Ähm... Was will ich denn haben? Ein Petbox... Ja genau, was wollte ich denn eigentlich haben? Ich wollte dieses Futter für die Pets haben... Muss das nochmal? Da Pets... Da... Futter... Kaufen... Äh... Zehn... Stück... So... Kuffe... Jo... Okay... Wunderbar. Verlassen. Okay, wir können weitermachen. Wir brauchen noch was, wir hatten noch nicht. Mh... Äh... Ne, ich wär soweit fertig. Jo, gut, dann würdest du mal auf Bereits drücken und dann geht das auch los. Reicht doch! Das sah aber noch nicht so aus, Mann! Ich weiß. So... Ist ja der Fail dran. Der Fail des Failes. Wollen wir langsam los? Der Postbote ist da. Ich glaub, der bringt schon wieder raus. Die nächsten Pakete. Mh... Diese scheiß Mahn-Wahrt. Diese scheiß Mahn-Wahrt. Mh... Mh... Ja, wie zu verteidigen, wie ein Spocker, ey! Diese Spocker... Ey, Julian, wie wär's man nur ein, äh... Let's Play PvP in der Vierergruppe macht? Das hatten wir ja schon mal aufgenommen. Ich hab's nur nie, äh... Niemals gerendert und hochgeladen. Doch, gerendert hab ich's aber nicht hochgeladen. Wieso, ne? Das hätt ich's gerne gesehen. Irgendwie waren wir da ziemlich... Dumm. Ziemlich buggy. Ja, du warst dabei. Deswegen hab ich gesagt, ne, das tut der Welt nicht an. Ich mach was mit dieser Aufzeichnung? Ich schneide die nicht raus, oder wie? Natürlich, das kann ich ja machen. Ich hab extra ein Programm dafür, wo ich einzelne Personen mit rausschneiden kann. Boah, hör auf mit deinem Nimm-Das-Satz. Nimm-Das... Ist ein Satz, den... Den sagt man nicht. Ja. Den braucht man vor allem nicht in ein Spiel ein. Ranzratte, ne? NIM-DAS! Schnauze. Na, Gott sei Dank sagt Els das nicht. Wir hatten diese Mega-Monster-Technik. Ist das hier diese... Die sind nur... Äh, diese Nasortussi. Das bin ich. Schuch. Wow! Nimm-DAS! Meinst du die hier? Ja. Oberon-FB-B-B-B. Ja, genau. Stefan, du kümmerst dich mal um diese Dreckskinder da. Und ich, äh... Mach hier die großen Bosse gleich. Der Boss vom nächsten Blanchis ist äh der Geilste. Die fehlt so gut, ich geh dann gut umfuckt Gewonnen Baa Hahaha Jetzt Woh Nur noch 100 MP Ich hab geholfen aber komischerweise Ja du hast geholfen Wieso reiht wieder alle rein? Von Julia ist da durchgeleckt Durch was? Durch die Steine bist du geleckt bei mir Steine? Sind hier Steine runtergefallen? Bei mir war nix Schlechte Internetverbindung vorderwinden Schwarzbrot Hör auf wieder ein Schwarzbrot, alter Was willst du mit deinem Schwarzbrot ey? Schwarzbrot Oh hier und er klaut natürlich wieder Schwarzbrot kam 2 Nimm das Döner am Spieß Döner Space Der Gerät Der Gerät ey Der Gerät pilt niemand rum Der Gerät braucht Strom Der Gerät ist eine Maschine für dünner Fleisch Der Gerät ist ein Schwarzbrot Jetzt gerade darüber reden Denke ich gerade an unsere Pizzeria Und dann denke ich an diese Wow An diese leckere Pizza Was war das denn gerade zur Hölle? Lol Moraine Das geht doch mal an die Hälfte zu machen Aber ey Och man Leute Lass damit auch mal ein bisschen Spaß Finde der Oberfläche Ne um wir ja kein Stopf Dööööööööööööööööö Steine! Wo? Haha Essen! Ey! Servus, geiles F-A-Q! Segelrunner! Dankeschön, lieber Black Reaper! Tschüss! Was denn? Äh, Rudi hat mir geschrieben, dass er mein F-A-Q ist. Rudi ist an? Äh, er hat's offline angezeigt. Jetzt? Geh doch eigentlich mit Schocken nach unten! Wollt der Rudi nicht mitmachen? Äh, scheinbar nicht. Naja, wer nicht will, der hat schon. Na? Ja, was bist du mit der kleine Handel? Was? Riesengenital, was hat er gesagt? Ich warte ja irgendjemand drauf, dass man alle hinten spacken oder sonst. Los, jetzt aber instant mal! Ich warte jetzt noch! Rudi würde nicht anstreben, wir sind im Let's Play! Soll ich dir das schreiben? Ja, wenn du das kannst, weil ich kann das ja grad schlecht. Ja, geht schon, ich werd schon nicht verraten. Ja, das... Ja, ich hab ja die Aufnahme am Laufen und ich will ja nicht, dass die irgendwie abbricht oder sowas. Ja, super, das hat toll gemacht. Riesen-Penis! Riesen-Penis! Ja, lächerlich! Warum wackelt mein Pad mit dem Arsch? Wann levelt der überhaupt mal auf, ey? S! Äh, Alter, ich krieg immer S, ey! Voll cool! Oh, 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 oh! Riech so selten, ey! Ich glaub, das ist das zweite Mal! Und das auch nur im Let's Play! Der Daniel ganz konzentriert am Schreiben und hört's, ne? Klick, 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 klick! Hä? Da bist du ja wieder! Dank deiner Hilfe konnte die Armee von Paita ihre Lage deutlich verbessern. Ist mir scheißegal, du Brinnenschlange! Oh... Ach, Alba! Oh Gott, wir müssen in Spiral-Kolli... Korridor! Ach, der Boss ist eh der geilste! Ja! Der fällt jeden Angriff! Ähm, zu Kombi hinzufügen! Dirk, bist du da? Nein, ich bin nicht so... Du Pisser störst unser Let's Play, Alter! Ich hätte mich echt auf Abwesen stellen müssen! Ist komisch, ne? Sobald deine... Abonnent nicht... Au! Hab ich vergessen! Alle schreiben für mich an, ey! Ich will das nicht mehr! Äh... Okusrecken! So, äh... Spiral-Korridor! Wo ist denn das Ding? Da! Cool! Äh... Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ja, spielen wir! Ich bin bereit! Ich bin so fit! Dafür der Held! Hab ich hier... Ja! Äh... Julian! Rudi will in die Konfi! Ja, dann... Soll er mich anrufen! Den wollte ich eigentlich vorher anrufen, aber da hab ich nee gedacht! Nee, jeder muss den Leiden! Nicht beschäftigt! Wie viel Kackhut wieder auf! Boah, hast'n Kackhut auf, alter! Das ist ja so scheiße! So, Inventar! Ja! XP hält... Das Ghost... Äh... Äh... Das... Das... Äh... Äh... Das... Hallo Rudi! Ne, ich kann's nicht direkt! Servus! Na Rudi! Wolltest du nicht mitmachen? Wolltest du nicht mitmachen? Er kann ja süß nicht mehr! Wir sind ja schon viele Leute! Ok, weiter geht's! Nichts! Äh... Äh, dieses ist San Diego, dude! Äh, das...